Nein! Das gibt es doch gar nicht. Alter Schwede, von allen Seiten wird man hier nicht in Ruhe gelassen. Da kommen noch welche. Bleib schon da unten. Zwischen und Zombie. Na Bäm. Bäm. Langweilig. Dem Creeper, äh, dem Creeper sag ich. Dem Enderman gebe ich jetzt mal. Niiiioo. Bäm. Gesehen? Wo steht der hinter? Ah, der hat Schiss von meinem Schwert oder warum will er mich jetzt nicht mehr angreifen? Bäm. Enderperle, joo. Joo. Ich kann die nicht nehmen. Ich kann die nicht nehmen. Ich kann die nicht nehmen. Ficken sie sich bitte. Was, was mach ich weg? Oha, oha, okay. Was schmeiß ich weg? Schaufel. Ne, die gebrauchte hier. Zack. Enderperle, joo. Wisch du was? Geh mal nach Hause. Ohohohohoho. Ja. Da vorne war so Schneegelände. Ich frag mich, ob es so Schneemänner auch Erfahrungspunkte geben oder nicht. Nein, mein Schwert macht ja gar kein Damage mehr. Was ist denn los? Vier Schläge hab ich jetzt grad gebraucht. Gäm. Da geh ich jetzt weg. Mach ich dem Arschkopf hier. Loll. Loll. Langweilig. 24 Level 24. Ja, Treffen muss man schon kennen. Wenn du hier Sniper spielen willst, ne? Wo sind's? Komm, die greifen wir an jetzt hin. Aua. 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 Warum verliere ich so viel? Ich fülle hier voll viel Leben. Muss hier schnell weg. Muss hier schnell weg. Boah. Wie ein Twig Jump oder was? Hammergeil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sag mal 10 Pfeile ich bin hier voller Überlebenskünste da, oder? ich muss den schnell töten nein ja boah, da habe ich schon ein bisschen Palik gerade geschoben da liegen noch Knochen ein paar rote Rosen da sind noch ein paar Erfahrungspunkte auch ein Pfeil desto besser als der ein ganz kleines bisschen so jetzt ist wieder Tag und ich würde sagen ähm die Enderperle oh, ich habe sogar schon zwei habe ich gar nicht gesehen den ganzen Scheißdreck tun wir jetzt mal hier rein das auch was haben wir noch? so, das tun wir mal hier rein die Kühe kann man mal wieder füttern so, ansonsten Glas tue ich mal hier rein ähm, 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 Holz hier Erde, Erde Eisen und da rein zack und Werkzeuge hier rein, genau zack Eisenspitzen habe ich noch Bögen habe ich auch noch Äxte brauche ich eins nur ein Stack kann ich hier lassen das tue ich da drauf mach mal ein bisschen mit so das tun wir jetzt da hin, da hin, da hin so so gut dann soll ich das noch schnell hier ablegen hä? wo wurscht ist da Obsidian mitnehmen die schnell füttern und dann gehen wir als Portal bauen würde ich sagen hier einmal zweimal dreimal viermal fünf sechs sieben acht neun zehn also fünf kleine Kühe müssen rauskommen Erfahrung alles meins 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 okay das war es hier an der Oberfläche jetzt gehen wir runter so und zwar gehen wir nicht allzu weit runter das soll hier irgendwo sein mal hier einfach so ein Durchgang da rein und gleich eisen gefunden wie muss ein Portal eigentlich nochmal aussehen glaubt ja ich mach das jetzt einfach mal so nach 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 gedenken wie ich das noch kannte von früher wird schon klappen ne halt das heißt er wird schon schief gehen ja ja er wird schon schief gehen jetzt jetzt mal mal so so zack 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 und gehen wir in die Hölle da wo wir auch hingehören zack 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 muss ich gleich nochmal reisen so dann kommen wir rein das nochmal auch noch weg so und dann kann ich mich daran erinnern dass das ziemlich hoch gewesen war wie viel sind das hier vier da sind es zwei so so ein Raum muss symmetrisch aussehen ist natürlich ein wichtiger Raum hier ne wenn wir hier jetzt flackeln äh flackeln fackeln hier planten so da oben noch den scheißdreck weg zack 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 bis vorüber so Obsidian und dann bräuchte es hier einfach in den underground rein so warte mal es muss symmetrisch aussehen ja passt eins zwei drei war das glaub so oder ne oder doch ne hä muss das nur zwei blöcke sein oder drei äh ich glaube 2 3 scheisse ey machen wir es mit zwei halt oh machen boll jetzt ferienza sindum oder ich hasse es wenn man lange nicht mehr mein kopf gespielt hat dann weiß man einfach nicht mehr wo was hingehört macht die ich komm schon so komm schon bau das teil ab so war das so nee das kann doch jetzt scheiß drauf machen wir das einfach mal so würde ich sagen doch doch das war so glaub sogar oder ich bin voll verrückt gerade so oder nicht es müsste so gewesen sein wenn ich mich jetzt recht erinnere jetzt brauchen wir noch ein feuerzeug habe ich natürlich auch vergessen und ich mache mir am besten gleich eine komplette eisenrüstung weil ja sieht nicht mehr gut aus voll soll da braucht flint flint ja das weiß ich noch wie das geht feuerzeug das ist nicht mehr fid Lifeline jetzt sind vorьте